Musik Der tropische Strauch Tabernante Iboga ist nicht nur die Grundlage einer alten Initiations- und Heiltradition aus Afrika, sondern rückt auch mehr und mehr in den Fokus der westlichen Medizin. Außerdem wird Iboga von den spirituellen Suchern immer häufiger als Tür zu den Zwischenwelten genutzt. In Afrika dient die Pflanze vermutlich seit den Anfangstagen der Menschheit zur Kontaktaufnahme mit Naturwesen, den Ahnen, anderen Dimensionen sowie zum Heilen. Wandernde Pygmenvölker, direkte Nachfahren der ältesten Homo sapiens, überlieferten den traditionellen Nutzen von Iboga. Ibogain, das Hauptalkaloid der Pflanze, eines von zwölf natürlich vorkommenden ibogenen Indolalkaloiden, inklusive der Oxidationsprodukte sind es insgesamt 18, hat einzigartige Qualitäten, die mittlerweile auch bei der akademischen Forschung verstärktes Interesse wecken. Ibogain hilft Drogensüchtigen auf höchst effektive Weise, ihre Sucht zu überwinden und wird zunehmend auch als Heilmittel erschlossen, unter anderem bei Parkinson und in der Psychotherapie. Das zentrale Element der Iboga-Tradition ist eine mehrere Tage dauernde, gelenkte Nahtoderfahrung, ausgelöst durch große Mengen Wurzelrände des Iboga-Strauches. Die Initiation in die Welt der Ahnen und Geister stellt den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen dar. Das Kind stirbt und wird als erwachsenes und vollwertiges Mitglied des Stammes wiedergeboren. Ein weit verbreiteter Name für diese Tradition ist Bwiti. Es gibt verschiedene Strömungen solcher Bwiti-Kulte, die unterschiedliche ethnische und spirituelle Fundamente aufweisen. Allen Strömungen gemeinsam ist der Gebrauch von Iboga als initiatorisches Sakrament. Während tief im Dschungel stark animistisch orientierte, vom westlichen Kolonialismus kaum beeinflusste Gruppen leben, finden sich in dichterbesiedelten Gebieten auch synkretistische Formen des Bwiti, welche die christliche Religion der französischen deutschen Missionare in ihr Glaubenssystem integrieren. Die mythologischen afrikanischen Charaktere verschmolzen dabei mit den christlichen Heiligen, wobei sogar christliche Feiertage teilweise übernommen wurden. So gibt es im Bwiti der Fang-Eithnir eine von Gründonnerstag bis Ostersonntag dauernde Zeremonie, bei der ständig Iboga eingenommen und gefeiert wird. Durch alle Traditionen ziehen sich Musik und Tanz als Leitfaden für die Zeremonien. Es wird viel getrommelt und teils bis zur Trance ekstatisch getanzt. Die wöchentlichen Zeremonien gleichen eher rauschenden Partys als Gottesdiensten. Verkleidete, weiß bemalte und mit Fackeln wirbelnde Tänzer erscheinen wie tanzende Skelette. Musik und Tanz tragen die Teilnehmer wie sanfte Briesen, die sie zu Sturmböen aufbauen und wieder abflauen. Am Höhepunkt dieser Rituale entsteht ein Einheitsbewusstsein, in dem die gesamte Gemeinschaft einen kollektiven Fluss von Emotionen und Gedanken erlebt. Dieser Höhepunkt wird Nelemmiore, ein gemeinsames Herz genannt, und vermittelt den Teilnehmern allumfassendes Wohlwollen und einen gedanklichen Konsens. Zwei für den Beviti essentielle Musikinstrumente sind eine kleine Harfe, Ne Gombi, und der Mundbogen, Mbongo. Musik Die Klänge dieser Instrumente werden bei den Initiationen als Brücke zwischen der Seele des Initianten, die in der Ahnenwelt reist, und der profanen Welt gesehen. Das Epizentrum des heiligen Holzes ist Gabun, doch der Gebrauch von Iboga erstreckt sich über ganz West-Äquatorial-Afrika. Der Beviti ist eine der offiziell anerkannten Staatsreligionen Gabuns. Jedes Staatsoberhaupt Gabuns war bis jetzt auch Beviti initiierte. Die europäischen Kolonialherren und Sklavenhändler versuchten, den Beviti zu verbieten und auszurotten, teils mit drakonischen inquisitorischen Mitteln. Musik Dies stärkte jedoch nur den Zusammenhalt der verschiedenen Dörfer und Stämme untereinander, Anstatt ihre Tradition durch die von Kolonialherren mitgebrachte Religion zu ersetzen, nahmen sie die Symbolik auf und verschmolzen das Christentum mit ihren eigenen animistischen Wurzeln zu einer neuen synkretistischen Religion. Man hört von Bevitis oft, dass man, anders als von der christlichen Kirche propagiert, nicht nur zu glauben braucht, sondern durch Iboga direkt sehen und erleben kann. Das Sehen der astralen Welten und der Kontakt mit den Ahnen ist ein Schlüsselelement der Initiationen. Durch den Kontakt mit den Verstorbenen und den Naturgeistern erhalten die Initianten und auch andere, die sich mit Iboga befassen, oft essentielle Hinweise für die Heilung von Krankheiten und die Optimierung ihrer Lebensführung. Iboga und Ibogain im Westen Die Pioniertage der westlichen Iboga-Forschung begannen in Frankreich. Hier kam die Iboga-Pflanze 1864 zum ersten Mal nach Europa. 1901 isolierten zwei verschiedene Forscherteams zeitgleich erstmals das Hauptalekaloid des Strauches, Ibogain. Ab 1939 wurde in Frankreich ein Medikament namens Lambaren verkauft. Es enthielt 5 bis 8 Milligramm Ibogain und war zu Ehren Albert Schweitzers nach dem Ort benannt, an dem er seine Tropenklinik aufgebaut hatte. Es wurde bei Depression, Antriebslosigkeit und Erschöpfung verschrieben, aber auch von Sportlern, vor allem Bergsteigern, gerne zum Doping verwendet. Im Zuge des von den USA ausgerufenen Kriegs gegen die Drogen verschwand Lambaren ab 1967 wieder vom Markt und der Verkauf von Ibogain wurde illegalisiert. Die offizielle Geschichte der Iboga-gestützten Drogentherapie beginnt fünf Jahre vor dem Summer of Love 1968. Damals entdeckte der psychedelische Pionier Howard Lotsov, der bis dahin unter anderem heroinabhängig gewesen war, durch Zufall die suchtunterbindende Wirkung von Ibogain. Nach einem Selbstversuch verspürte er kein Verlangen mehr nach Opioiden. Erstaunt über die neu gewonnene Freiheit startete er Versuchsreihen in seinem Freundeskreis und war beeindruckt von der Effizienz von Ibogain bei der Behandlung von Heroin-Süchtigen. Zusammen mit Dana Beale, dem Gründer des Global Million Marijuana March, setzte er sich für die Erforschung von Ibogain ein. Da Howard von vielen Pharmafirmen abgewiesen wurde, finanzierte er aus eigenen Mitteln die ersten offiziellen Tierversuche mit Ibogain. Die Resultate waren eindeutig. Süchtige Ratten, die sich selbst Heroin verabreichen konnten, verloren nach Einnahme von Ibogain dauerhaft jegliches Interesse an der Droge. Motiviert durch diese Ergebnisse setzten sich Howard und seine Frau Norma intensiv für die Ibogain-Forschung ein. Bei ihren Recherchen erhielten sie vom Schweizer Pharmafirma Zibergeigi die Information, dass die US-Regierung bzw. die CIA schon 1955 in einem Gefängniskrankenhaus mit Ibogain experimentiert hatte. Trotz eindeutiger Dokumentation dementiert die US-Regierung diese Experimente, die vermutlich im Rahmen des MK-Ultra-Projekts durchgeführt wurden, bis heute. Der Weg der offiziellen, von Lotsov und seinen Mitstreitern initiierten Iboga-Forschung verlief anschließend von Holland über Panama in die USA, wo es zu einer Phase-1-Studie kam. Allerdings wurden dann die Forschungsgelder gestrichen, und zwar von einem Komitee einer Unterabteilung der Ernährungs- und Drogenbehörde FDA. Berater dieses Komitees waren Wissenschaftler, die auf der Gehaltsliste der opioidproduzierenden Pharmaunternehmen standen. Einer dieser Forscher befasste sich genau zu dieser Zeit mit der Zulassung von Buprenorphin als Substitutionsmittel für Heroin. Man war offensichtlich eher an einem Geschäftsmodell mit langfristiger Kundenbindung als an echten Heilmitteln interessiert. Drogenentzug und Heilung mit Iboga Ibogain ermöglicht einen relativ schnellen, schmerzfreien und meist erkenntnisreichen Entzug von Opiaten und anderen Drogen. Initianten beschreiben immer wieder, dass sie während der Erfahrung prägnante Situationen ihres Lebens erneut durchlebten und die Kausalzusammenhänge ihrer Sucht erstmals oder viel klarer als bisher zu durchschauen vermochten. Manche erkennen durch die Visionen die ihrer Sucht zugrunde liegenden Ängste und können sie in der Folge überwinden. In den 1980er Jahren verbreitete sich die Nutzung von Iboga für die Suchttherapie durch Selbsthilfeorganisationen und private, aber auch durch Ärzte. In den USA bildete sich aufgrund des Verbots eine Untergrundbewegung. In vielen anderen Ländern bewegt sich Ibogain rechtlich in einer Grauzone, in manchen ist es allerdings auch legal. Durch sein einzigartiges neurophysiologisches Wirkspektrum erleichtert es nicht nur den Entzug von diversen Drogen, sondern wird zunehmend auch für weitere Heilzwecke erschlossen. Einer der für die Mainstream-Medizin interessantesten Wirkmechanismen von Ibogain ist die Erhöhung des Nervenwachstumsfaktors GDNF, Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor, im Gehirn. Dieses Peptid hat neuroregenerative und neuroprotektive Eigenschaften, d.h. es stimuliert das Wachstum neuer Dopaminneuronen. Es ist nicht nur beim Drogenentzug, also bei der Reparatur des Belohnungssystems, sondern auch, wie neueste Studien belegen, gegen Parkinson wirksam. Bis jetzt konnte man die Degeneration der Dopaminneuronen bei Parkinson bestenfalls stark verlangsamen. Mithilfe von Ibogain lässt sich das Wachstum neuer Neuronen stimulieren. Ein absolutes Novum im Bereich der Parkinson-Forschung. Ibogain weist zudem antivirale Eigenschaften auf. Es gibt dokumentierte Fälle, bei denen nach einer Ibogain-Behandlung die Hepatitis C-Virenlast drastisch reduziert bzw. das Virus nicht mehr nachzuweisen war. Auch konnte man belegen, dass 18MC, ein synthetisches Derivat eines Iboga-Alkaloids, das Wachstum und die Ausbreitung des HIV-1-Virus in menschlichen Blutzellen hemmt. Diese Eigenschaften von Iboga verfügen über ein weitreichendes therapeutisches Potenzial. Allerdings lassen sich natürlich vorkommende Moleküle wie Ibogain nicht patentieren, weshalb die Pharmaindustrie es bevorzugt, patentfähige synthetische Derivate zu erforschen. Doch da der Missbrauch legal verschriebener Opioide, speziell in den USA, immer mehr Handlungsbedarf erzeugt, lässt sich Iboga trotz aller Gegeninteressen nicht ignorieren. Sein Bekanntheitsgrad nimmt unaufhaltsam zu. Mittlerweile gibt es in verschiedenen Ländern Iboga-Kliniken, die mehrwöchige Entgiftungs-, Wellness- und Aftercare-Pakete in angenehmem Ambiente anbieten. Man kann die Wurzel, einen totalen Alkaloid-Extrakt oder reines Ibogain-HCI zu sich nehmen. Wegen seiner chemischen Reinheit wird das HCI im klinischen Bereich meist den anderen Varianten vorgezogen. Eher naturverbunden orientierte sind jedoch der Ansicht, dass reinem Ibogain-HCI etwas fehle, dass der Geist der Pflanze beschnitten sei und die damit verbundene spirituelle Erfahrung sich dadurch eher klinisch und steril entfaltet. Denn Iboga ist eben nicht nur als Medizin interessant, sondern auch als Entheogen für spirituelles Wachstum sowie als Verbündeter bei Erkundungsreisen in den astralen Dimensionen. Mehr Informationen zur Vertiefung des Themas liefert das Buch Iboga, mystisches Entheogen und traditionelle Pflanzenmedizin aus Afrika, was demnächst im Nachtschattenverlag erscheint.